Sarah Engels, 31, hat es durchgestanden. Nach einem fröhlichen Skiurlaub mit ihren Liebsten endete sie jedoch mit einer unglücklichen Verletzung, einem gerissenen Kreuzband. Doch jetzt gibt es gute Neuigkeiten. Sarah hat die Operation erfolgreich überstanden und teilt ihr Gesundheitsupdate voller Zuversicht auf Instagram. Inmitten von Schnappschüssen aus dem Krankenhaus verkündet sie, ein Kreuzbandriss beim Skifahren war nicht geplant, aber die Op ist erfolgreich verlaufen und damit ist der größte Schritt geschafft. Trotz der bevorstehenden Herausforderungen ist Sarah entschlossen, dieses Hindernis zu überwinden. Bereits vor dem Eingriff teilte die Musikerin ihre Ängste mit ihren Fans. Die Angst vor der Operation ist groß. Ich hatte noch nie eine Vollnarkose und fühle mich einfach machtlos, gesteht die 31-Jährige. Doch sie dankt ihrem Partner Julian öffentlich für seine Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Mit ihrer Offenheit und Zuversicht inspiriert Sarah nicht nur ihre Fans, sondern zeigt auch, dass sie bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen und gestärkt daraus hervorzugehen.